Wie gut ist das Hypo Vereins Bank Plus Konto? Welche Vorteile und Nachteile hat es und wie sind die Konditionen? In diesem Video stellen wir Dir das HVB Plus Konto im Detail vor und zeigen Dir die Besonderheiten, durch die es sich von den meisten anderen Girokonten unterscheidet. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn Dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Das Girokonto der Hypo Vereins Bank verbindet die Vorteile einer Filialbank mit denen einer Direktbank. Welche das sind und worauf Du aufpassen musst, das erfährst Du jetzt. Legen wir los. Die 13 Vorteile vom HVB Plus Konto Vorteil Nummer 1 Kostenlose Kontoführung Das Girokonto ist zunächst für 5 Jahre bedingungslos kostenlos. Anschließend beträgt die Kontoführungsgebühren 9,90 Euro im Monat, die sich aber auch reduzieren und sogar ganz vermeiden lässt. Wie das funktioniert, das zeigen wir Dir gleich. Vorteil Nummer 2 Du kannst die Schalter in den Filialen gratis nutzen. Mit dem HVB Plus Konto stehen Dir persönliche Ansprechpartner per Telefon oder in der Filiale zur Verfügung. Vorteil Nummer 3 Kostenlose Visa und Mastercard inklusive Zum Plus Konto erhältst Du 3 Karten gratis. Eine HVB Girokarte, eine Visakarte Debit und auf Wunsch eine Mastercard Kreditkarte. Die Girokarte und die Visa Debitkarte erhältst Du automatisch nach Kontoeröffnung. Die Mastercard Kreditkarte kannst Du dann anschließend im Online Banking kostenlos dazu bestellen. Es fällt keine Jahresgebühren. Vorteil Nummer 4 Du kannst in Deutschland und 13 Ländern gratis Geld abheben. Mit der HVB Girokarte kannst Du an allen Automaten der Cash Group Banken kostenlos Geld abheben. Zur Cash Group gehören neben der Hypo Vereinsbank die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Postbank. Im Ausland kannst Du bei Unikreditbanken in folgenden Ländern kostenlos Bargeld abheben. Bosnien-Herzegovnia, Bulgarien, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei und Ungarn. Wenn Dir das nicht ausreicht, haben wir später im Video noch einen Tipp für eine kostenlose Kreditkarte, die Du mit dem HVB-Konto verbinden kannst. Mit ihr fallen weltweit keine Gebühren beim Geld abheben und für Kartenzahlungen an. Vorteil Nummer 5 Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone Mit den Karten, die Du zum HVB-Plus-Konto erhältst, kannst Du in allen Ländern mit dem Euro als Währung kostenlos bezahlen. In Ländern, die nicht den Euro als Landeswährung haben, fallen Fremdwährungsgebühren an. Wie hoch sie sind, zeigen wir Dir gleich. Umgehen kannst Du sie ebenfalls mit unserem Kreditkartentipp, den wir Dir zusammen mit dem Konto in der Beschreibung verlinken. Vorteil Nummer 6 Bargeldeinzahlungen sind kostenfrei möglich Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit der kostenlosen Bargeldeinzahlungen. Hier stehen Dir nicht nur die Geldautomaten mit Einzahlungsfunktionen zur Verfügung, sondern Du kannst auch die Schalter in den Hypo-Vereinsbank-Filialen dafür nutzen. Kostenlos und so oft Du möchtest. Vorteil Nummer 7 Der Dispo-Zins ist sehr günstig Die Hypo-Vereinsbank bietet den wohl günstigsten Dispo-Kreditzins Deutschlands. Der beträgt nämlich nur 2,99% per annum und ist damit sogar günstiger als der viele Ratenkredite. Vorteil Nummer 8 Echtzeitüberweisungen sind gratis Eine weitere Besonderheit beim HVB Plus Konto ist, dass Echtzeitüberweisungen kostenlos sind. Die meisten anderen Banken berechnen dafür rund 50 Cent. Vorteil Nummer 9 Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone Zum mobilen Bezahlen steht die Apple Pay auf dem iPhone kostenlos zur Verfügung. Vorteil Nummer 10 Kontaktlos bezahlen Auch wenn Du nicht mit Deinem Smartphone bezahlen möchtest, ist kontaktloses Bezahlen möglich. Sowohl die Girocard, die Visa-Karte und auch die Mastercard enthalten einen NFC-Chip, mit dem kontaktloses Bezahlen möglich ist. Vorteil Nummer 11 Konto-Wechsel-Service Die Hypo-Vereinsbank bietet Dir auf Wunsch mit dem Konto-Wechsel-Service eine bequeme kostenlose Möglichkeit Dein Konto umzuziehen. Zahlungspartner können ganz einfach per Klick über Deine neue Kontoverbindung informiert werden, ohne dass Du Briefe schreiben musst. Auch Daueraufträge lassen sich damit ganz einfach umstellen. Vorteil Nummer 12 Notfallbargeld im Ausland Wird Deine Karte gestohlen oder hast Du sie verloren, kannst Du über eine 24-Stunden-Hotline Notfallbargeld von bis zu 1.500 Euro bestellen. Normalerweise steht es Dir innerhalb von 60 Minuten in etwa 120 Ländern zur Auszahlung bereit. Vorteil Nummer 13 Rabatt auf Reisebuchungen Bei Buchungen über den Reiseservice der Hypo-Vereinsbank erhältst Du mit dem Plus-Konto eine Rückvergütung von 5%. Vergleiche die Reisepreise aber unbedingt auch mit denen anderer Anbieter, um sicherzustellen, dass Du den günstigsten Preis erhältst. Die Nachteile des HVB-Girokontos Das Girokonto bietet viele Vorteile, aber auch hier gibt es Nachteile und die zeigen wir Dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Die Kontoführung ist 5 Jahre ohne Bedingungen kostenlos Nach der Kontoeröffnung kann das Konto 5 Jahre lang ohne Bedingungen wie einen monatlichen Mindestgeldergang kostenlos geführt werden. Nach Ablauf der 5 Jahre fallen 9,90 monatliche Kontoführungsgebühren an, die man aber, wie schon gesagt, verringern und auch ganz umgehen kann. Wie? Das zeigen wir Dir gleich. Nachteil Nummer 2 Es fallen Fremdwährungsgebühren an Beim Geldabheben und bei Kartenzahlungen in Ländern, die nicht den Euro als Landeswährung haben, fallen Fremdwährungsgebühren an. Nutzt Du dafür die Girokarte sind es 1% bei mindestens 1,50 Euro und maximal 5,50 Euro. Mit der Visa Debitkarte sind es 1,75% an Gebühren. Es gibt aber Ausnahmen. Kostenloses Geldabheben in den zuvor genannten Ländern bei Unicredit Banken. Wenn Du viel im Ausland unterwegs bist, solltest Du für diesen Zweck eine kontounabhängige Reisekreditkarte im Portemonnaie haben. Hier empfehlen wir die Barclays Kreditkarte. Mit ihr kannst Du weltweit in jeder Währung kostenlos Geld abheben und bezahlen. Es gibt keine Jahresgebühr und auch keinen Mindestumsatz. Den Link findest Du, wie schon gesagt, unten in der Beschreibung. Nachteil Nummer 3 Bedingungsänderungen nach 5 Jahren Nach Ablauf der 5 Jahre verändern sich weitere Bedingungen. Die Girokarte kostet 30 Euro im Jahr, die optionale Mastercard-Kreditkarte kostet 30 Euro im Jahr und der Dispo-Zins erhöht sich. Nachteil Nummer 4 Mobiles Bezahlen mit Google Pay ist nicht möglich. Derzeit wird nur Apple Pay unterstützt, Google Pay aber nicht. Die Vorteile und Nachteile des Hypervereinsbank Girokontos noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile Keine Kontoführungsgebühren, Schalter in Filialen sind kostenlos nutzbar, kostenlose Visa Debit und Mastercard-Kreditkarte, in Deutschland und verschiedenen Ländern kostenlos Geld abheben, kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone, Bargeldeinzahlungen sind kostenfrei möglich, sehr günstiger Dispo-Zins, Echtzeit-Überweisungen sind gratis, kontaktlos bezahlen ist möglich, mobiles Bezahlen ist mit dem iPhone möglich, kostenloser Kontowechsel-Service und 5% Rabatt auf Reisebuchungen. Die Nachteile Die kostenlose Kontoführung ohne Bedingungen gilt nur 5 Jahre, es fallen Fremdwährungsgebühren an, Bedingungsänderungen nach 5 Jahren und Google Pay wird nicht unterstützt. Wie kann man die kostenlose Kontoführung nach Ablauf der 5 Jahre sicherstellen? Auch nach Ablauf der ersten 5 Jahre kannst Du das Konto günstiger oder weiterhin gratis erhalten. Möglich ist das mit dem Vorteilsprogramm Value, bei dem Du in den Bronze-, den Silber- oder den Gold-Status eingeteilt wirst. Nutzt Du nur das Girokonto mit der Girocard und der Visa Debitkarte erhältst Du keinen Status und zahlst nach Ablauf der 5 Jahre 9,90 Euro pro Monat. Im Bronze-Status reduziert sich die Kontoführungsgebühr auf 7,43 Euro monatlich. Um ihn zu erreichen, musst Du mindestens zwei Produkte bei der Hypo Vereinsbank abschließen. Im Silber-Status wird eine Kontoführungsgebühr von 4,95 Euro berechnet. Ihn erreichst Du, wenn Du mindestens 25.000 Euro Guthaben oder eine Immobilienfinanzierung über 3 Produkte abschließt. Eins davon wäre das Girokonto, allerdings mit 1.000 Euro monatlichem Mindestgeldeingang. Ab dem Gold-Status entfällt die Kontoführungsgebühr. Hierfür ist ein Guthaben oder eine Immobilienfinanzierung ab 75.000 Euro nötig, sowie 5 abgeschlossene Produkte, von denen einst das Konto mit ebenfalls 1.000 Euro Geldeingang wäre. In der Beschreibung verlinken wir Dir einmal eine Übersicht mit den abschließbaren Produkten. Lohnt sich das HVB Plus Konto? In den ersten 5 Jahren auf jeden Fall, denn Du erhältst ein bedingungslos kostenloses Konto mit der Möglichkeit unbegrenzt oft gratis Bargeld einzuzahlen und die Beratung in den Filialen zu nutzen. Dank der Cash Group steht Dir außerdem ein sehr großes Geldautomatennetz zur Verfügung. Die kostenlose Mastercard ist ebenfalls ein nettes Extra. Da sie nach den 5 Jahren aber kostenwichtig wird und nicht für den Einsatz außerhalb der Eurozone geeignet ist, empfehlen wir Dir die Karte nicht extra zu beantragen, sondern auf unseren schon angesprochenen kontounabhängigen Kreditkartentipp zurückzugreifen. Nach Ablauf der 5 Jahre wird das Konto hinsichtlich der kostenlosen Kontoführung leider recht kompliziert, da dafür eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden müssen. Dabei erhältst Du zwar weitere Vorteile, wie z.B. die dauerhafte Reduzierung des Dispo-Zinssatzes auf die anfänglichen 2,99% im Gold-Status, allerdings macht das nur Sinn, wenn Du die Produkte tatsächlich nutzen möchtest, das Guthaben aufbringen kannst oder eine Immobilienfinanzierung abschließen möchtest. Relativ einfach kommst Du auf eine reduzierte Kontoführungsgebühr von 7,43 Euro. Hier brauchst Du nur das Kontoführen und z.B. das kostenlose Plus-Sparenkonto mit einem Guthaben von mindestens 1.000 Euro hinzunehmen. Wenn Dir die Filialnutzung wichtig ist, dann ist die Kontoführungsgebühr fair. Wenn Du aber auf die Filialnutzung verzichten kannst, Dir aber die kostenlosen Bargeld-Einzahlungen wichtig sind, dann haben wir eine interessante Alternative für Dich. Alternativen zum HVB Plus Konto Die mit Abstand größten Vorteile gegenüber anderen Kontoangeboten liegen in dem sehr geringen Dispo-Zinssatz und der Möglichkeit unbegrenzt Bargeld einzuzahlen. Beim Dispo-Kredit bleibt das Konto konkurrenzlos, keine andere Bank bietet einen so günstigen Dispo. Beim Geld einzahlen kann das Noris-Bankkonto eine Alternative sein. Das ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 Euro kostenlos und erlaubt Einzahlungen an den Automaten in den deutschen Bankfilialen. Verzichten solltest Du hier auf die Mastercard Debit, die ab dem zweiten Jahr 24 Euro kostet. Du kannst sie aber ganz einfach in der Antragsstrecke abwählen. Erweitern kannst Du auch das Noris-Bankkonto mit der Barclays-Kreditkarte, um uneingeschränkt weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und ohne Fremdwährungsgebühren zu bezahlen. Auch das Noris-Bankkonto verlinken wir Dir unten in der Beschreibung. Du hast noch Fragen zum HVB Plus Konto oder Anregungen für neue Videos? Dann schreib uns gerne in den Kommentaren. Wenn Dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.